Wenn man an einer Entfremdung zwischen FPÖ-Spitze und Basis gesprochen hat, wird eines Besseren belehrt. Der Altparteiobmann zieht sogar seine nie ausgeschlossene Kanzlerkandidatur zurück. Das stört sich nicht das Thema, weil ich finde, die Mannschaft ist jetzt wirklich so gut. Das wäre ja immer die Überlegung gewesen für den Fall, dass unsere Regierungsmannschaft nicht jenes Profil kriegt, das wir uns erwarten. Ich denke, sie haben das enorm verbessert und sind auf einem extrem guten Weg. Da sollte man sie nicht behindern, sondern unterstützen. Sie ziehen zurück? Ich habe mich nie beworben, daher brauche ich nichts zurückziehen.